Willkommen zurück. Mein Name ist Dedu und ich bringe dir verschiedene Praktiken aus dem Yoga näher bringen, die du aber ganz einfach in deinen Alltag einbauen kannst, egal wie beweglich du bist, egal welches Alter du hast. In der heutigen Folge machen wir eine herzöffnende Meditation miteinander, das ist ganz einfach und hilft dir auch zum Beispiel besser einschlafen können oder auch einfach in einer ruhigen Minute dich mehr auf dein Herzraum zu konzentrieren. Such dir dafür einen Platz, der dir bequem ist. Du kannst entweder hinlegen, du kannst aber auch bequem sitzen. Schön ist, wenn deine Wirbelsäule aufrecht ist oder lang ist, also entweder im Liegen schauen, dass die Wirbelsäule lang ist oder im Sitzen schauen, dass du aufrecht sitzen kannst. Und von da am besten schliessest du die Augen. Und mir hilft es jeweils, meine Hände auf meinen Herzraum zu legen, um mich damit verbinden zu können. Der Herzraum ist einer der kraftvollsten Orten in unserem Körper. Es ist ein Ort von der Liebe, von der inneren Freude, von der Zufriedenheit und der Grosszügigkeit. Ein Ort, wo wir all diese Qualitäten in uns tragen, die so ein wenig die warmen Qualitäten sind, die wir haben. Und je mehr wir uns auf diese Qualitäten besinnen, desto mehr spüren wir die Wärme in unserem Inneren und können aber auch die Qualitäten wie Liebe, Zufriedenheit und Frieden und Freude mit unserem Umfeld teilen. Fange an, tief und bewusst zu atmen und bringe noch einmal all deine Aufmerksamkeit in deinen Herzraum hinein. Spüre die Vorderseite von deinem Brustkörper, die Rückseite von deinem Brustkörper, die Schulterblätter und spüre, wie mit jeder Einatmung deine Rippenbögen leicht auseinander gehen und du mehr Platz in deinem Herzraum schaffst und mit der Ausatmung die Rippenbögen wieder fein sich entspannst. Und jetzt versuche so ruhig zu werden mit deinen Gedanken, dass du anfangen deinen Puls wahrnehmen kannst, wie dein Herz schlägt. Dein eigener Rhythmus. Fange dich an zu spüren in deinem Herzraum. Vielleicht aber auch spürst du das Pulsieren vom Herz immer mehr in verschiedenen anderen Teilen von deinem Körper. Und versuche das Pulsieren weiter auszuweiten. Weiter auszuweiten über die Arme, Handflächen, vielleicht sogar im Bauch. Schaue, wo du den Puls überall noch findest. Den Herzraum, den Rhythmus. die dich konstant begleitet. Fange jetzt an, ein grünes, starkes Licht in dir zu sehen. Es ist zuerst ein kleines Flämmchen. Dann wird es immer grösser, das grüne Licht. Strahlend, wunderschön, wunderschön. Es ist ein warmes grünes Licht, das immer grösser wird vom Herzraum über die Schultern, in die Arme fliesst. Vom Herzraum Richtung Bauch und Richtung Bein bis in die Füsse. Und das warme, grüne, strahlende Licht wird noch grösser über deinen Körper hinaus und bringt die Qualität von Liebe und Zufriedenheit, Grosszügigkeit über deinen Körper hinaus und drängt dein ganzes Bewusstsein und dein ganzes Körper in all diese wunderschönen Qualitäten. Du darfst deine Augen wieder langsam öffnen und das Gefühl von Liebe und Zuneigung bei dir behalten, das dürfen aber auch gegen rausentragen und das dürfen heute durch den Tag mit anderen teilen. Es war schön, mit dir diese Meditation zu machen und ich wünsche dir weiterhin einen schönen Tag. Namaste. theories und dazug aus dem ersten Tag. materie pinpointungen Phänomen god